Du bist der Rudi Rudi. Rudi Rudi. Aba. Aba. Dschungelreise zwei. Der riecht. Es traut dir ja niemand mehr etwas zu. Für eine scheisse Freude hat noch etwas selber. Aba. Wenn du noch selber schiffen kannst. Ja gut. Na dann noch stelle ich! Muss auch. Und nicht die Sekgelee, gell? Und nicht die Sekgelee. So, ich hätte es. Es würde mal heisst die Luft da. Das wäre wel kam! Ja. Warst du da? Ja. Und, wie warst du da? Ich musste warten, bis es vorbei war. Bis es ausdröpfen hatte, weisst du? Was redest du mit dir? Ja, vom Arbeiten. Ich meine nicht das. Was? Ich rede vom Ding-Ton, vom Vortrag. Ja, gestern war es genau dir. Ich musste einfach warten, bis es vorbei war. Nein, vom Ding-Ton, von der Bank. Aha. Sparen im Alter, jetzt habe ich es. Ich war in der Zeit, so was du in der Not hätt's glaub ich heissen gehabt. Und? Es war langweilig. Ich meine, was haben Sie denn gesagt? Nein. Sandwich und meine Rauwasser sind ja gratis. Und für meine Abschluss gab es eine Flasche Bojolais. Was kostet denn einen Abschluss? Ja, ich weiss auch nicht so genau. Man soll schon Papier kaufen, das wir für einen arbeiten. Genau, das interessiert mich. Papier, das wir für einen arbeiten. Wäre ja ganz selber gegangen. Brauchte keine Zeit gehabt. Bis er Lisbeth den Spielkasten entkalkt. Also wie soll das gehen, Papier, das wir für einen arbeiten? Oruge, das wir ab. Und wie soll das gehen?